was 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 geht leute also heute ein video zu der garagentour 1.0 das ist die erste also fangen wir mal an okay das leckt mich das ist der fister komet der gefälschte porsche mit maske krädern habe ich drauf getan was gefällen auch noch dann auch aufgetönt auf maximum natürlich hat eine spitzen leistung leute aber es wirst du zu viel ja kein wunder wenn ich diese einmal hier der gefälschte dass er da halb der gefälschte bugatti könnt ihr euch merken am maximum ich glaub mit sporträdern spoiler gibt es für den er dann nicht und weiter geht und hier seht ihr noch mal die anzeige beschleunigung perfekt ganz voll und hier ist einmal der kohl bravler der wasserauto kann man sagen schön gemacht so schön gold dann habe ich metall liegt oder metall gold genommen danach noch kein perleffekt gold ist schon so schon perleffekt gewesen und dann noch geländeräder hinzugetan aufgetönt schuss sicher gemacht und dann noch eine farbe und das ist dieses mal diese auto das kennt ihr schon aber der alberto roosevelt wahl und danach noch einmal der einzigste wagen der koma gepanzerte version in chrome natürlich perfekt hier den auto liebe ich am meisten der brenns faktor topstar 6v 6v6 ja kein wunder wegen den sechs rädern natürlich hinten schöner raum hier vorne boom 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 schön viele türen den habe ich nicht gekauft war ein kollege aber 6v mit der farbe der ist auch so hoch ich mache irgendwie hohe autos perfekt leute hier vorne noch die ankerung perfekt um autos zu schieben den 10 tonen der kennt jeder maximum natürlich mit dem du hast den spoiler und dann habe ich auch metallik gold gemacht du passend hier so bogen bogen nach der problem zu 20 da tut mir leid dass ich lange kein video reingetan habe und der jester rennen wenn ihr mehr weitere solcher videos machen wollt dann sagt bescheid leute da ist keine fahrräder leider okay das ist mein erster video leute von die hier brauchst du ein roten auto dann wirst perfekt hier und müssen generell wenn ihr weitere videos wollen tut mir leid ich schon keine videos reingetan haben in youtube kommentiert ruhig und weiter blablabla blablabla und empfiehlt mich weiter und da ich immer noch 25 abonnenten habe werden ländler videos kommen das scheiße dass ich immer noch 25 habe ich streng mich ein leute ich streng noch mal an leute was macht ihr ihr leckt meinen ach schon was wir sind feuerlöcher kann man die angucke entweder macht ihr jetzt ein paar abonnenten einen abonnenten oder sogar mehr oder ich habe lange nicht mal guckt vielleicht immer noch 25 wie immer und wenn es 25 26 wieder wenn nur einer mehr als kommen wieder mehr videos leute und jetzt da ich 1.0 geragentour ist werde ich nächstes mal noch eine garagentour video hoch bringen unsere zeit